Ich bin Heike Tesch und arbeite bei der Firma HUT schon seit 01.01.2011. Ich war überrascht, als ich zur Nettel kam, dass man hier so richtig durchatmen kann. Ich fühle mich sehr wohl. Also die Hierarchie ist da sehr niedrig. Allgemein wir duzen uns alle. Die Türen sind eigentlich immer auf. Wir machen regelmäßig Betriebsausflüge und wir haben jetzt auch gerade vor kurzem erst so eine Floßfahrt wieder gemacht. War sehr, sehr schön. Bei uns gibt es ein Wunschbuch. Wenn da Wunschfrei drin steht, bekommt man Wunschfrei. Punkt. Den bekomme ich so, wie ich möchte. Ja, ich nehme ja immer drei Wochen im Sommer und sonst immer mal nur eine Woche. Aber zwei, drei Tage nehmen. Mache ich keinen Urlaub, bringt mir ja nichts. Wir haben Toyotas und Seats und die dürfen wir auch privat nutzen. Die Fahrzeit gehört zur Dienstzeit. Das heißt, manchmal brauchen wir auch zwölf oder 15 Minuten. Dann wird das auch bezahlt. Unser Handy ist unser kleiner Computer. Da steht alles drin. Da ist ein Übergabebuch drin und auf was wir achten müssen. Ich bin zufrieden. Also, sie ist schon, glaube ich, viermal zu mir gekommen und hat mir von sich aus eine Lohnerhöhung gegeben. Was in anderen Firmen nicht unbedingt gang und gäbe ist. Da wird auch pünktlich bezahlt, bis spätestens 15. des Monats. Bei uns findet jeder seinen Platz und jeder wird so genommen, wie er ist. Ich freue mich sogar, nach dem Urlaub wieder zu arbeiten.